Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Call of Cthulhu. Wir sind jetzt in Zahra's Körper. Also ich... oder wir spielen sie zumindest. Muss ja vorsichtig sein, wie man das hier ausdrückt. Also wir spielen Zahra. Ähm... und wir müssen Drake finden. Wo ist Algernon? Und der Schambler? Ganz offensichtlich führt uns das hier nirgendwo hin. Okay, also müssen wir doch hier drinnen weitergehen. Alles klar. Gut. Ja gut, das ist doch nicht so. Okay. Ich bleib erst mal hier hinten. Hier sind überall Tute. Oh Mann. Jetzt sind wir hier, ob das wieder reingeraten ist. Ich würde immer noch kurz die Treppe hier hochgehen. Okay, wir können auch nichts zu erkennen, aber auch nichts zu machen oder irgendwas. Das sind halt alle Tote. Gut, was sind wir hier? Ja, es ist was. Okay. Okay. Ich werde mich nie verabschieden, für dieses Schild. Das ist bestimmt das Versteck von Kat und ihren Leuten. Kann ich mir vorstellen. Aber... So viel Blut, wie hier ist, scheint von denen nicht mehr allzu viel gebrüch zu sein. Schätze, ich mal so. Hey! Ah! 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 Ahh! Ah! 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 Algeno. Komm! Fuck. Das Gehirn ist in unsere Richtung. Du bist sicher, dass du es willst? Los geht's. Richtig! Komm mit mir! Wie können wir ihn töten? Der Schambler kann brechen zwischen Dimensionen öffnen. Er benutzt Glyphs als Anker um in unsere Welt. Dann muss ich diese Glyphs zerstören. Genau. Wie kann ich sie finden? Ich werde die Glyphs zerstören, damit du sie kannst. Insofern, diese Zone wird durch eine Barriere beschädigt. Perfect. Bleib in der Schiebe. Ich werde die Barriere beschädigt. Geh zurück in die Glyphs zerstören, als du das größte Gefahr. Okay, also hier sind wir... Drei Glyphs müssen wir finden. Okay. Und hier sind wir safe. Alles klar. Okay. TWO Drei Glyphs Drei Glyphs Drei Glyphs Finde das Symbol, Sera. Es wird reagierter zu der Leuchte wenn du mit einer Lampe benutztestest. Der erste Glyf muss auf dem Boden appear. Ja cool. Tja. Das wird wieder genau wie mit den Deutschen suchen und finden oder sterben, würde ich behaupten. Darauf läuft das ja hinaus. Ja, ich bin ja dabei. Mann, Mann, Mann. Ich kann ja nur nicht wechseln. Die Glyph! Ich kann es nicht wechseln. Ist es gegen mich? Der Ritual funktioniert. Keine Angst, es ist nur bis ich ihn aus. Oh nein. Der Wanderer ist zurück. Der Wanderer ist zurück. Was ist, was ist, was ist es? Der zweite Symbol hat sich herausgefunden. Du weißt, was du tun musst, Sarah. Ich suche diese Symbole jedes Mal. Sie sind relativ gut zu sehen gewesen. Der zweite Glyph muss sich herausfinden. Wir pressen. Das ist das, was ich mache. Na, denke ich nämlich auch. Ich bin doch voll dabei. Na, wir gucken mal hier. Gehen wir mal hervor. Das war die erste Glyph. Weiter hoch kommen wir ja jetzt nicht. Der zweite Glyph muss sich herausfinden. Wir pressen. Ich nehme mal, es wird auch nicht leichter werden. Mit der Flucht. Aber ich habe keine Ahnung, wo die jetzt sein sei. Diese zweite Glyph. Hm, hm. Das Symbol muss hier irgendwo sein. Schau drüber. Das ist das, was ich mache. Vermutlich ist es entweder kleiner. Oder halt wirklich einfach nicht so gut zu sehen. Wie ist das da? Weil er auch sagt, schauen Sie genau hin. Der zweite Glyph muss sich herausfinden. Der zweite Glyph muss sich herausfinden. Wir pressen. Ah, meine erste Glyph muss jetzt erst mal die Zeit, dann bin ich noch. Oh. Okay, wo ist das zweite Symbol? Der Symbol muss hier irgendwo sein. Schau drüber. Das ist das, was ich mache. Wie viele sind es? Wo ist die zweite Klufe? Warum kann ich den ausgerechnet an... Quatsch, also nicht anquatschen ist das falsche Wort, aber warum gerade nur den? So, ok. Die Frage ist halt, ist sie wieder auf dem Boden? Ist sie irgendwo an der Decke? Die kann ja überall sein. Schau drüber. Das ist was ich mache. Okay, die ist verschwissen. Oh, da geht die ganz schön auf dem Geist, oder? Also ganz ehrlich. Soll ich mal die Pappe halten? Guck mal das. Ich suche ja nicht schon. Das Symbol muss hier irgendwo sein. Schau drüber. Das ist was ich mache. Also das muss ich sagen, das hätten sie sich eigentlich... also diese ständige Wiederholung hätten sie sich sparen können. Ich brauche ein bisschen Öl. Ja, ja, ja. Alles klar. Und ja, das Öl finden wir jetzt auch die Klufe nicht. Ich brauche halt die Lampe dafür. Ich gehe jetzt aber noch und klatsche den Innen, damit er mal die Klappe hält. Okay, wir können ihn blenden. Das Symbol muss hier irgendwo sein. Schau drüber. Das ist was ich mache. Das ist was ich mache. Okay. Entweder stelle ich mich grad ziemlich dusselig an. Oder die ist wirklich gut versteckt. Sie kann ja nur wirklich überall sein. Ich brauche etwas Öl. Ich brauche etwas Öl. Das Symbol muss hier sein. Wie viele sind da? Wo ist die zweite Klufe? Auf den nächsten Mal. Das Symbol muss hier irgendwo sein. Schau drüber. Das ist was ich mache. Ich habe mich ja nur schon dreimal geguckt. Und sie hat trotzdem nicht gesehen. Ach, Mann ey. Die zweite Klufe muss hier sein. Die zweite Klufe muss hier sein. Ich brauche etwas Öl. Das Symbol muss hier irgendwo sein. Schau drüber. Das ist was ich mache. Das ist was ich mache. Oder wir gehen mal hier. 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 Da ist es da. Wir gehen mal hier. Wir gehen mal hier. Dann gehen wir hin. Wir gehen mal hier. Ok. Du hast mich begonnen, mein Freund. Ich habe das Gefühl, der Schambler versucht zu antizieren unseren Aktionen. Der zweite Glyphe muss erheben. Los geht's! Er wird stärker und stärker agressiv. Wenn er mit dir befindet, versuchen ihn zu blinden. Der zweite Glyphe ist sie. Der zweite Glyphe ist sie. Jetzt wird das Problem vergenert. Ich muss die Barriere wegwerfen, um die Kreatur zu entfernen. Du musst ihn vor mir schlagen, Sarah. Du verstehst? Als es nach dir geht, brauche ich dich, um ihn vor mir zu entfernen. Er wird stärker und aggressiver. Wenn er mit dir befindet, versuch ihn zu schlagen. Wir sind bereits da, Sarah. Nur ein Glyf ist zu finden. Der Glyf ist nahe. Ich bin sicher. Okay, wir brauchen Asphalt-O-Wel. Das heißt, wenn wir die jetzt finden, brauchen wir W-el. Weil, ohne an die Lampe sind wir völlig am Geräusch. Ja, ja, ist alles gut. Ich will mehr Asphalt-O-Wel. Ich brauche ein bisschen Öl. Ich werde niemals verletzen, um diese Schilder zu verletzen. Okay, das ist auch ein bisschen zu verletzen. Okay, das ist auch ein bisschen zu verletzen. Der Glyf ist nahe. Ich bin sicher. Oh, nein. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Algenon! Diamond, schnell, bring ihn nach mir. Okay. Na gut Ich nutze die Chance Wir beenden die Folge an der Stelle Und machen in der nächsten Folge hier weiter Habt vielen Dank für's Zusehen Und das Ende Ich weiß, es ist mies, es ist ein ziemlicher Cliffhanger Aber das Ende dieses Kampfes Seht ihr dann in der nächsten Folge Macht's gut, tschüss